Musik Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Heute möchte ich euch den siebten Teil der Spielereihe vorstellen, wo, ich glaube bis Teil... Wie viele Spiele habe ich davon? Ich denke mal bis Teil 15, 16, so wird es ziemlich interessant. Für Schüler vor allem. Das sind so Lern-Adventures im Bereich Mathematik, Chemie, Physik und weiteren Fächern. Aber wie gesagt dazu in den entsprechenden Spielen bzw. Videos mehr. Also ich möchte euch heute Welt der Wunde eine Insel in Gefahr machen natürlich. Das eine Stadt spielt verrückt ist der zweite Teil, wo ich euch auch dann zeigen werde im nachfolgenden Video bzw. im nächsten Video. Also, bevor wir jetzt Anwaltspost bekommen bzw. einmal von Newsern und einmal von den ganz, ganz schlauen Anwälten, die es auf dieser Erde noch geben soll. Also, wir dürfen das nicht, blalala. Ich darf das. Und zwar, ich habe die Erlaubnis eingeholt von Burning GmbH Publisher. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, du lügst. Also, ich öffne mal kurz mein Mail-Programm. Und hier ist die E-Mail. Hallo, grundsätzlich spricht nichts dagegen. In welchem Zusammenhang soll die Ausschnitte denn gezeigt werden? Mit besten Grüßen, Jana Kobling. Burning Game Publishing GmbH. Ja, die andere E-Mail, wo gesagt wurde, ich darf es, habe ich dummerweise gelöscht. Und zwar, ich habe mein E-Mail-Konto mal ein bisschen aufgeräumt. Und ja, da habe ich leider, 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 leider Gottes die E-Mail gelöscht. Aber das hier, da heißt es ja auch schon, spricht nichts dagegen, ich darf es. Weil die Rede nur und ja, deswegen darf ich es auch. Und hier unten steht einfach nur das, was ich geschrieben habe. Und ja, also, wir starten dann mal hier, Welt der Wunde, eine Insel in Gefahr. Und um was geht, der wird dann im Trailer auch gesagt. Die Auflösung ist hier, denke ich, vielleicht 800x600. Wie gesagt, nicht wundern, damit es auch immer so klein ist. Ähm, ja, wir klicken hier auf Weiter. Hurr, was für ein ungemütlicher Tag. Draußen ist es kalt und nass. Ich werde mal kurz noch ein Kurschwerden mit dir an. Damit ihr euch alles gut hört. Am liebsten würde ich ja jetzt eine kleine Runde am Computer spielen. Hä? Was war denn das? Das sieht ganz nach einem neuen Fall für mich aus. Eine Videokassette ohne Absender. Das bedeutet nichts Gutes. Ich muss sofort wissen, was da los ist. Hey Benji, ein neuer Auftrag wartet auf dich. Wir haben nicht viel Zeit und die Informationen sind knapp. Auf einer Insel im Nordwesten der Subtilien scheint die Natur verrückt zu spielen. Eigenartige Wetterphänomene sind zu beobachten und grauenvolle Geräusche drängen aus dem Wald. Die meisten Bewohner haben fluchtartig die Insel verlassen. Das scheint irgendetwas faul zu sein. Wir wissen selbst, die geheime Mission wird nicht leicht und ist sicher gefährlich. Doch wir sind überzeugt, in dir den richtigen Agenten gewählt zu haben. Du bist einer der wenigen, der dieser Aufgabe gewachsen ist. Okay, konzentrier dich Benji. Ich brauche unbedingt wichtige Daten aus der Welt der Wunderzentrale, die ich gleich auf meinen Computer übertrage. Viel Zeit habe ich nicht mehr. Na dann mal los, das Flugzeug holt mich gleich ab. Bis zum nächsten Mal. So, ich weiß, ich sehe das jetzt alles ziemlich klein, aber ich hoffe, die Qualität ist in Ordnung. Wir können hier Hilftext, ja, nein, ich lasse es an. Bildübergang, an, Lautstärke, kann man auch noch regeln. Und wir können hier auf Neues Spiel klicken. So sieht es aus. Es ist so ein Point-Click-Adventure, also man muss klicken, um weiterzukommen. Ich habe mal ein Eventar mit unserem Computer. Hier haben wir Web. Also Web. Dann Wissen mit den entsprechenden Videos. Mail haben wir auch hier. Und GPS, wo wir aktuell sind. Ein Problem, wo ich finde, wo ich auch ziemlich schade finde, ist das Spiel, Welt der Wunder in den Linkenfall, läuft unter Linux. Das ist mit Wine natürlich einwandfrei. Aber der zweite Teil, der im gleichen Jahr rauskam, läuft eben nicht unter Linux. Beziehungsweise ich habe es mit Wine an versucht, an das Laufen zu bringen. Kommt immer Skript im Fehler. Vielleicht kann mir einer von euch da helfen. Ja, wir schließen dann das Ganze. Spiel beenden. Ja. Das war das Video von Welt der Wunder in den Inseln gefahren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert uns, schreibt Kommentare. Okay.